Da ist der Michel! Der Michel ist ein kleiner Junge! Also Haus von Gamer 3 1 1 0! Eine Schachtel! Tchewanimo! Juhuuu! Oh nein! Oh nein 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 nein! Au! Oh nein, ich hab dir ein Geschenk für dich! Na toll ey! Aber Inventar ist ja beheißen! Ich hab dir ne Blume geschenkt! Ich hab das Zeichen mal eingeschmolzen! Das ist ein Cloud! Was? Ist hässlich, ist aber so! Ich muss mal gucken hier! Andere Skin reinmachen! Ja noch! Ey noch Spitzhockeys weg! Weh du machst nicht gleich am Penner Skin! Boah! So nötig hab ich nicht! Wir sind hier alle Penner! Ja! Ach komm ich beil das jetzt einfach! Ey das ist dunkel! Bobby es werde nicht! Warte warte warte! Warte warte! Warte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß nicht was! Ich baue ein Haus aus Dreck! Ein Michael Haus also! Ja! Ich baue jetzt eine Michelbude! Ich hab die Bude schon gebaut! Keine Angst! Was? Ich schenke mir jemand eine Glasscheibe! Und die Tür! Na! Wie tu denn? Musst du auch genau vor die Tür hier pratzen! Ja! Ja! Ey wo ist das Schild? Das ist doch nicht voll! Hä? Ja ich hab mich schön aufgenommen! Warte! Hier zeigst du sogar eine Tür! Warte warte warte! Komm ich... Kann ich das wieder haben? Nein! Nein! So! Mein Haus ist fertig! Wunderschön! Warte! Komm mal rein! Mach die Tür zu! Es mangelt ein bisschen an Einrichtung! Ey! Es ist dunkel hier! Dann kannst du ja noch ein Bild an der Wand hängen! Oh Gott! Ich seh nichts mehr! Nein! Alter wie sie alle in mein Haus wuseln? Wo ist denn Haus? Hier dreckigen Spanner! Ich versuche hier gerade... Oh nein! Ja! Das ist nicht pervers! Ich weiß nicht was hier drin fehlt! Ein Bitch! Warte mal! Das krieg ich auch noch hin! Du da mal! Machst doch gar nicht! Michi wir müssen hier noch mal ein paar Kissen aufstellen! Ich hab aber vollziehen! Ich kann... Ich kann ohne... Ich kann eine bauen! Ja warte mal! Ich hab ja zwei Stacks Holz! Ich setze auch nicht Ruhe! BAM! Was? Wie mach ich denn das hier zu mir? Es glotzt mir doch nicht bei dem Arbeiten zu! Das ist ja elkehaft! Alter! Ja! Ja scheiße! Panna! Nein! Ohhhh! Mein Bett fehlt oder ist versperrt? Nein! Nein! Wie konnte die Tors nur wieder pausieren! Heribert! Ich wollte heute mal meine Bergsachke! Ey wir hatten den Baum doch nicht gescheit gebaut! Ich fand ihn gar nicht ne Dei! Ist dein Haus denn auch brandsicher? Ja! Boah! Oh! 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 Was ist denn? Oh! 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 Ha ha ha! Oh! 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 selbst anhand es gibt uns nur das selbst und wo auch hier eine schöne schachtel hin aber meine schachtel ist viel schöner der Fall ich habe viel mehr Quadratmeter die ja da ist viel zu wenig hier für mich reicht gerade Zentimeter das ist alles in Ordnung ja bei Claude ist alles nur in Zentimetern na komm Bobby Millimeter wie du will ich nicht rechnen was war das jetzt hast du jetzt gefunden oder was ja du wolltest du wolltest du wolltest es so Junge jetzt komm ich Alter jetzt komm ich mit der Axt hier und die Pennerin weg ich weiß jetzt Alter ich muss mir glaube ich meine Bude woanders hinbauen sonst habe ich immer so ein Michel vom Fenster ja mein Vordach ist geil Michel gerade da renkt du ihn hier drauf nicht weinen nicht weinen ey warum hast du das jetzt verlängert ich will mein kurzes Dach haben da sind ja nicht so viele Leute drunter Hahahaha und so sammeln sich die alle beim Regen nur weil ich so eine Bronzen müsst ihr wirklich alle bei mir sammeln Michel raus aus meinem Bett du kackst nur wieder auf das Kopfkissen oh jetzt irgendwie sie alle um mein Haus wackeln ey ich geh einfach bei den Gamer rein mein neues Haus weil ich muss das Fischhild umschreiben ja kommt allerlein kommt allerlein oh scheiße he 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 was macht ihr denn hier ich bin aber auch mein Arsch ich kann raus und mache ich damit zu europa Töern Tom so ne TÜR ist schon schwer ich habe was anderes vorgemacht elabor Und hier mal Kleingold. Kleingold. So, here you go. Ich hab dir einen Tempel gefunden. Oh, das war der Falsche. Ah, das ist der Falsche. Hä? Hä? Ah, das ist jetzt keiner. Ja, träum weiter. Hahaha. Warum? Es gibt Leute, die bauen sich ein Haus, oder es gibt Leute, die lassen sich eins bauen. Im Haus weggeschnappt. Ja. Bobby, ich hab jemanden. Look. Ja, krieg auch einen. Schnapp. Hahaha. Hahaha. Wie hat er geschnürt? Hahaha. Hahaha. Oh, Freiflug. Immer brav sein. Hä? Wie kann man den Diamant schmeißen? Nein. Ah, nein. Oh, oh. Ah, daneben. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Ich habe was. Michael, du Cheater. Hahaha. Warte mal, das kann ich mir schneller lassen. Hahaha. Nein. Hahaha. Hahaha. So viel zusammen. Ich griefe, ich griefe, ich griefe, ich griefe. Ich kacke. Fuck. Hä? Verpiss dich, Spinner. Aaaaaah. Spinner! Fuck you! Ich zieh mich in mein Dreckhaus zurück. Oh, Michael, bist du wieder am Fressen? Ey, Bobby, hast du hier überhaupt schon was cooles? Was? Hier und da, bisschen. Tschüss. Mach's gut. Ja. Ja, habe die Ehre. Leben wohl. Bobby? Hm? Hä? 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 Hast du ja auch schon mal was erkundet? Ich habe hier gerade Tempel gefunden und Dorf, Dörfer hier und alles. Ja, Dorf, ja. Ich, ich muss jetzt das Video nachholen. Oh mein Gott, willst du das nachspielen? Er hat's doch nicht getan? Ich, ich habe es noch, ja, ich weiß, es ist eine Schande. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht, aber es ist schlimm. Okay, ich werde es jetzt tun und tschau. Mach's gut. Tschüss, Kevin. Ich dachte, ich bin Kevin. Tschüss, Kevin. Tschüss, Klaus. Das sind alle Kevin. Was baust du so viele Türen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir wären nie gekommen. Das sind Creeper von meiner Bude und ein Zombie. Na ja. Ein Penner kann halt bloß eine Tür aufmachen. Ich kann euch jetzt reinfabriert ein. Scheiß Sack.